Freiheit... So... Momentchen mal, ich muss das mal Papier ablegen bevor es los geht. Und damit heyo family and friends, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal etwas anders, ich weiß, meine Haare sind komplett zerstreut, aber ich habe eine Mütze und ich weiß auch gar nicht wieso. Draußen scheint die Sonne und heute Morgen war das so neblig und kalt. Ich verstehe das Wetter gerade auch nicht. Egal! Denn ich gehe jetzt joggen, deswegen viel Spaß mit dem heutigen Video. Heute Abend... Heute Abend bin ich eingeladen zu einem Shooting. Die Bilder seht ihr dann auf Instagram. Ich freue mich dann übertrieben. Ich habe mega Bock, mein Arm fällt gleich ab. Let go! Bis zum nächsten Mal. So, ich bin at home, ich bin am Arsch, aber zur Feier des heutigen Laus probiere ich jetzt erst mal direkt so ein Riegel. Ich habe die falsch schon bestellt, korrekt. Egal, schmecken trotzdem übertrieben geil. Voll merkwürdig hier, gerade die Kamera rauszupacken. Jetzt damit zu reden ist halt anstrengend. Also, ungewohnt. Mit beiden. Crazy. Richtig ungewohnt. Ich warte noch, bis die jetzt vorbei sind. Hallo, ich habe voll vergessen zu filmen. Ich bin jetzt hier gerade in der Stadt mit Tim. Yo, Rico kommt gleich. Der Typ. Egal. Wir laufen jetzt hier rum, machen gleich ein paar schöne Bilder. Heute ist nämlich mein erstes Shooting, ehrlich gesagt. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank, dass wir überhaupt was machen. Mega cool. Ich hoffe, ihr hört mich auch mit dem Wind und es ist gerade merkwürdig, hier in der Stadt rumzulaufen. Aber ich nehme euch mal ein bisschen mit und filme mal so ein bisschen nebenbei. Na, gerade wo ich Video anfange, werde ich angerufen. Rico oder nicht? Rico! Yo! Wo seid ihr? Äh, um die Ecke gelaufen, gerade wenn du Richtung Sonnenuntergang läufst. Ah, okay, ich muss zugeben, ich bin nicht so gut vorbereitet heute. Äh, ich habe nur noch einen Akku mit und das ist schon fast leer. Aber jojue-ui-ui. Und wie ist es? Lustig. Hi! Hehehe. Geil, Mann. Er ist da. Er ist da. Jetzt geht es weiter. Wie er sich freut, wie ein kleines Kind. Der gibt es richtig in mir, das finde ich voll cool, der gibt es richtig in mir, mega. Ja, es ist wirklich cool. Hi. Hi, es ist übertrieben kalt. Ja man, so kalt. Oh, die Kamera hat mir fast runtergefallen. Ich hätte es auch wild gehabt. Okay. So, wir sind immer noch am shooten, shooten, shooten. Es ist schon alles stockdunkel geworden. Aber es geht weiter. Ich bin auch schon langsam müde, aber gleich geht es erstmal fett Burger essen. Und dann machen wir noch zwei, drei Locations durch und dann haben wir es auch schon geschafft. Oder? Ja. Also gerne wieder. Auf jeden Fall. Auf dem Weg zur nächsten Location haben wir einfach so eine richtig random leere Straße gefunden, was böse geil ist. Ich liebe den Scheiß. Es macht einfach zu krasse Laune. Es macht zu Laune. Und vor allem wir haben Donnerstag. Das heißt, ich habe noch einen ganzen Tag, Abend, um das Video zu bearbeiten. Ohne Stress. Bitte Programm. Lass einfach mal laufen. Ohne Abstürzen. Guck dir das an. Da kommen die commands vom Pro. Einfach Killer. Einfach geil. Einfach geil. Einfach geil. So jetzt seht ihr mal, wie das Shooting mit Marco läuft. Warte, ich ziehe auf meinen Pulli mal aus. Oder jetzt zieht er sich hier aus. Ja. Ja. Barbar. Ein bisschen nach rechts. Mit einem konkreten Körper. Das ist rechts. Für mich oder das ist rechts für dich? Ist rechts für dich. Einfach krass, wie wir uns gegenseitig anstecken. Wie cool. Echte neue Lebenserfahrung gerade. Feier ist heftig. Aber ich habe auch langsam richtig Hunger. Crazy. So. Der Tag endet so langsam. Neigt sich dem Ende so. Auch richtig ausgesprochen. Wir sind alle müde. Voll gefressen. Oh Mann. Aber hat richtig Bock gemacht. Ja. Moin. Hier ist eine Gruppe. Egal. Ich rede trotzdem weiter. Also. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich beende das Video jetzt. Ich bin einfach viel müde. Freug mich auf Instagram. Alle Links in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Gute Nacht. Peace. Lulul.